Musik 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 Künstagram Installiert Gute Arbeit neue Jeeeey Kack, der wurde installiert Musik 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 Scheiße, jetzt kriege ich doch Sachen herstellen. Wie gehe ich denn ins Menü und mache das denn? Ach, das lerne ich alles noch kennen. Okay, ich werde ein Superhead. Wollt ihr alles an diese Begriffe bekommen, kenne jetzt. Oh, Coomstagram. Jimmy, die Hilfe der Bürgermeisterin haben gesagt, sie hat viel zu tun, um sich um eine Kanzugammer. Tut mir leid, Coom. Ja Leute, lasst mich wissen, wenn ihr da draußen einen Spruch von Scrammels findet. Das ist super duper wichtig. Naja, auch bekannt als der erstaunliche Wunderarsch, Coom and Friend. Ich habe sechs Follower. Okay. Ah, okay. 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 Ich frage es, was sind das für Stats denn? würde gewissen abend jetzt verschiedene stets das ist aber nur das ist aber nur anders aus trotz der pasten das mit meiner vorgeschichte klikanten streifen das war auch noch als ich weiß mit der kleidung um die 20 stürzen kann ich hier ich bin nicht ich kann auch gar nichts mehr machen ich muss das Rätsel lösen die Kostülle ich weiß nicht ob ich da noch was ändern muss oder ob ich da schon was ändern kann aber sieht momentan nicht so aus die Lager ist aber weg das ist das für ein Besen mit dem sie einfach die Lama weg machen kann krass wer ist das für ein Besen 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 oh wonderful I'll see you on the internet wer ist das für ein Besen wer ist das für ein Besen oh 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 das war der Knopf oh oh kunstagram da oh wie das ist auch die Oh, ich werde mal ein richtiger Influencer. Oh, ich werde mal ein bisschen sagen. Ich werde mal ein bisschen zurückhalten. Oh Gott. Oh Gott. und wiederum einen Oh man, ich komme da nicht hin. Okay, da komme ich noch nicht hin. Alles klar, weißer Cartman. Oh man, ich schaue nur mit popularen Leuten. Ich schaue nur mit popularen Leuten. Just in time for the holiday. Cute PJs, kid. Wenn man sieht Butters, kann man sagen, dass er wieder grounded ist? Verdammt. Das ist klar, ich schaue mich nicht. Aber mit Butters kann ich doch bestimmt ein Selfie machen. Oh, nice element. Oh man. Oh man. Oh man. Ich bin da weg. Ich bin einfach zu schnell, man kann mich nicht aufhalten. Oh, ich brauche die Kombination. Oh man. Was ist denn da? Ich komme noch hinter den... Oh man. Was mache ich denn da? Da kann ich doch nicht hinschießen. Was mache ich denn da? Scheiße, hätte ich diese Blaster Sachen machen müssen? Ich komme da oben ja nicht hin. Verdammt. Okay. Also noch kann ich da nix machen, weil ich brauche nicht um die Schussfähigkeit und so. Okay. Ich bin echt kack in diesem Game. Okay. Oh, coole Moose. Ja, so. Komm, komm. Okay. Ah, ja. Falsche Glück. Oh ja, okay. Oh. Aber war es noch gut, ne? Oh. Ich steige auf. Oh, krass. Ich habe es geschafft. Ähm. Was denn war das? Hier ist er nicht. Da ist er nicht, ne? Ob ich das freigeschaltet? Nein. Hm. Ah. Kann ich ja... was ich da machen muss. Ich weiß immer wieder, sind Falschen. Ah. Kann ich ja auch kennen. Was ich da machen muss. Wcause ich habe das blieb. Oh, okay. Dann machen wir noch ein Session. Ja, okay. Ich bin, ich bin, ich bin beschäftigt. Hey, du hast es öffnet. Du bist die richtige Sache, kleine Superhero. Ein Selfie? Sure, kid, lass uns das. Ja. Oh. Und... Wir sind... Okay, kid. Ich habe eine Route zu Ende. Ja. Ich mache immer... Ich mache immer das... Aaaaaah. Okay, kid, ich habe eine Route zu Ende. Ja. Ich bin vorhin. Okay, toll. Klar mit 2 Ja, ich muss kurz fritzen We are friends now, I guess. Jerk? I don't know. Okay, that's the end of the road. Oh, the whole ship Pokemon! Is that our house? That could be our house, right? Eh, that'll be good. Oh my God... Drive along the street! That's our house, right? Okay, so it sounds. You can get there. It's like driving along the street! Mami ist nicht schreit, weißt du, ich habe nur etwas in meinen Augen gehalten. Ich kann bestimmt später mit meinen Eltern auch so schönen Selfies machen, yeah, das ist klasse. Dann den anderen Typ auf der Straße, dann kann ich bestimmt jetzt auch voll Selfies mit dem machen. Diese abgehobene Typ. Wo ist das? Die Red Shirts. Ich habe noch ein Problem mit den Kuhn zu erreichen. Du möchtest sehen, was passiert. Die Ketten von Supercraig und Kollision Alternative Universen. Oh Gott, das klingt schon krass. Ist ja auch grad niemand. Ah, da kommen wir grad nicht drüber. Ah, okay. Möp ist ja eigentlich... Ah, das ist ja neu. Das zum Beispiel kenne ich gar nicht richtig aus. Das hab ich doch gar nicht gesehen. Ich hinke echt stark hinterher. Das muss ich echt gestehen. Okay, das wird wieder neu aufgebaut. Cool. So, können wir eigentlich wieder nach Kanada. Oh nein, da ist ja die Mauer. Oh, coming soon. Schade, da ist eine Mauer nach oben. Oh. Hm. Oh. 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 Oh mein Gott, was ist das? Ist es ein Vogel? Nein, es ist ein Flugzeug. Nein, es ist eine Endcard. Wow. Oh. Duschback hat schon richtig ein nice Handy. Ich sollte mir auch so eins holen. Oh. 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 Oh.